Eine unserer Sonderlieferungen wurde über eine Insel in der Nähe abgeschossen. Genauer gesagt ist eine ganze verdammte Drogenraffinerie futsch. Das Rohopium, das Labor, alles! Sie müssen zur Absturzstelle auf Hunt to Island und mit den Piloten die Fracht wieder beschaffen. Bringen Sie sie zum Strand. Ich lasse sie dort abholen. Niemand geht normalerweise dorthin. Es gibt Gerichte, dass Flugzeuge einfach abstürzen und Schiffe im Nebel verschwinden. Man hört nie wieder was von ihnen. Wir dachten, es wäre eine fantastische Route für unsere Schmuckegeschäfte, weil sich nicht einmal das Militär dorthin wagt. Eins noch, Serdadu. Etwas stimmt mit den Sendern an der Fracht nicht. Sie werden irgendwie blockiert. Vielleicht ist es dieser alte Fluch, von dem meine Großeltern mir erzählt haben. Sie sagen, auf der Insel spuken die Seelen toter Kannibalen herum. Ich habe noch nie die Seele eines toten Kannibalen gesehen, glaube ich. Rauch-Signale? Sind wir hier am Rio Grande oder was? Das Feuer hat bestimmt unser abgeschossener Bruder angezündet. Nichts wie hin, Skorpio! Ich kann sie nicht mehr hören. Sind sie da? Irgendetwas muss die Übertragung blockieren. Irgendetwas Großes! Mann, bin ich froh, Sie zu sehen, Freund. Sie haben keine Ahnung, was für seltsame Sachen hier vorgehen. Sri schickt sie, richtig? Er schickt sie, um mich zu retten.